So, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei The Walking Dead und haben eine große Spur gefunden mit dem großer Kreisestrich. Ich würde sagen, wir sammeln auch gar nicht lange, wir gehen direkt zu Lily und teilen mit ihr unsere Erkenntnisse. Und dann denke ich, wir müssen darauf hinausgleichen, dass wir das Camp verlassen. Aber Lily, jetzt sei doch nicht so misstrauisch, also wer soll es denn sein? Wer soll es denn sein? Machen wir. Okay, I'll be back. Wie einst schon der große Arnold Schwarzenegger in seinen legendären Terminator-Filmen oder Terminator-Filmen, Terminator glaube ich eher nicht, Terminator-Filmen sagte, I'll be back. So, lass mal mit Kenny reden, ob man vielleicht mitkommt. Ja, nee, oder nicht? Gut, dann gehen wir alleine raus. Dann gehen wir hier raus. Tag, du hältst die Stellung. Pass auf. Achso, wir gehen wieder rein, das wollen wir natürlich nicht. Ach, nö, jetzt steht der da. Nee, ich wollte doch raus. Ich habe gedacht, damit kann ich das Tor wieder zuziehen, dass es sozusagen gesichert ist, aber ist es wieder, dass wir reingehen? Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen uns natürlich hier draußen umschauen. Offensichtlich in die Richtung können wir nicht gehen, da gibt es eine unsichtbare Wand. Wir schauen uns den Zaun an. Okay, es gab hier offensichtlich, dass wohl zwischen den Tagen dann passiert, weil das wurde ja im Spiel nicht thematisiert. Gab es hier schon mehrere Auseinandersetzungen mit den Banditen? Ah, da ist ein Versteck. Da sind Dinge drin. Heben wir auf, die Tasche. Aha. Antibiotika, Opium, all die Dinge, die fehlen, all die schönen Dinge, von denen Lilly uns erzählt hat. Es kann natürlich gut sein, wir wissen ja von den St. Johns, dass die entsprechend Nahrung an die Banditen gegeben haben, damit die Banditen sie in Ruhe lassen. Es kann natürlich sein, dass irgendjemand hier genau das gleiche macht. Aber wer kann das tun? Oh, sie geht direkt auf die emotionale, emotionale Schiene. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Äh, die Banditen werden. Lilly, was du denn... Stal ihn. Was? Just keep talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your lives. Shit. Enough of this bullshit. Drew, stop putting your boot to these doors. Yeah. Yeah. Buh, das asshole. Take it easy. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich hier so schnell, so schnell, äh, so schnell so zuspitzt. Spread them around. Or we could just kill you and take it all. And what about when they run out? When you don't have us out there collecting them for you. Well, I suppose we ought to hash out some terms then. I don't like no hash. Man, shut up, bro. Oh. Oh. Oh shit. Lilly. Sie hat ihn einfach umgebracht. Oh, gar nicht. War für's Leer. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Wir haben's getan. Wir haben auch geschossen. Oh Gott, da kommt noch mehr. Oh shit, jetzt haben wir hier eine Riesenschießerei. Jetzt haben wir hier eine Riesenschießerei. Nicht Scheißerei. Oh shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass ich das hier so schnell zuspille, ist, hätte ich im Leben nicht gedacht. Wo, wo, wo? Da. Geh rund um, shit. Er ist da. Oha. Hambach. Treffer. Also können wir uns eigentlich nicht drüber freuen. Hambach auch. Oha. Können wir uns eigentlich nicht drüber freuen. Ich hab mich darüber gefreut, dass wir im Spiel den Erfolg hatten. Aber eigentlich ist es ja kein Erfolg, weil... Oh nein, Clementine. Clementine. Help. Clementine und Carly. Äh, Katja. Ich bin ganz aufgeregt, ich kriege die Namen schon durcheinander. Walker. Wo ist er? Er ist hinter dieser Mann. Get your asses around behind. Und bam. Oha, das war knapp. Clementine, komm schnell. Get inside the RV. Clementine, die wichtigste von einem. Nein, Walker. Duck. Hoffentlich wurde niemand gebissen. Hoffentlich wurden weder Duck noch Katja gebissen. Das wäre unfassbar traurig. Screw her. Lass sie bleiben. Nein. Nein, komm Lilly, wir nehmen sie auch mit. Ich starte das gottverdannte Wohnmobil jetzt. Zum Glück muss man hier nur halbwegs zielen. Gott, was für... Was für eine Wendung hier auf einmal. Eben haben wir noch alle gelabert. Eben haben wir noch gedacht, wir hätten einen Verräter unter uns. Jetzt auf einmal überall Verditen, Schießerei. Wir schießen Verditen tot. Und Lilly, komm jetzt. Du kannst doch nicht alleine hierbleiben. Ist sie denn dom? Kenny, warte. Ah, Gott sei Dank, Lilly ist im Auto. Und wir hauen ab. Freundinnen und Freunde, was war das für ein Auftakt? Was war das für ein Auftakt? Ich bin okay. Ich bin okay. Oh, Scheiße, oh, Scheiße, oh, Scheiße. Ich bin sorry. Alles ist okay, Ben? Alles ist nicht okay. Wir müssen uns herausfinden, wie das passiert. Wir haben einfach alles verloren. Wir sind glücklich, dass wir diese RV haben. Und niemand hat sterben. Das Pett ist verbreitet. Ich bin okay. Niemand in hier hat das gemacht. Entschuldigung, da hinten. Die Banditinnen hatten unsere Nummer für Wochen. Das ist anders. Niemand war mit ihnen. Wer es war, war sie mit unseren Meden. Sie haben nicht die letzte Package, also sie verraten. Entschuldigung, da hinten. Das ist verrückt. Lilly hat eine Bagelung von Supply hidden outside der Wall. Das ist wahr. Also, Carly, willst du etwas sagen? Bitte, wir müssen es dann von dir wegwerfen. Zurück! Du bist in keinem Position, um Fragen zu machen. Woah, 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 du bist nur die Fingern. Ich habe nicht nur das mitbekommen. Ich hatte meine Gefühle. Carly ist glaubwürdig. Sie ist nicht ein Traitor, Lilly. Danke, Lee. Sie kann ihre eigenen Kriege kämpfen. Obwohl es hier etwas passiert ist, das dich beide betrifft. Also, nur die Viettlangen sind mit den Krieg, die Paranoid. Das war es, beide von dir. Schau, lass mich einfach raus. Ich habe es nicht gemacht, aber ich mag es nicht. Ich mag es nicht, wo es geht. Schau mir in die Augen und sag mir, dass du nichts zu tun hast. Lilly, schau ihn aus. Ich... Scheiße! Was ist da passiert? Ich habe etwas gefangen. Wir müssen zu stoppen. Na ja, etwas ist gut, ne? Der Walker. Oh, der hängt halt unten drin. Ist das eklig. Wah! Warum denn alle raus? Lilly, jetzt ist aber langsam mal gut. Jetzt machst du mal hier wirklich einen Punkt. Sonst lassen wir dich gleich wirklich mal zurück. Und der Walker unter dem Auto lebt sogar noch. Ja. Nee, der ÖV hat ein paar Welle. Aber es ist ein Walker. Unter dem Auto lebt. Oh, ich glaub es nicht. Ich weiß nicht, dass wir beide ausmachen können. Du kannst nur sagen. Aber du kannst mich nicht aufhören. Entschuldigung, dass du das so fühlst. Ich beginne zu denken, dass es vielleicht beide sind. Es ist keine Chance, es war Karne. Es war jemand anderes. Es könnte sogar jemanden auszunehmen. Das ist schuldig. Das ist das, was du denkst? Ja. Okay, fine, dann. Kenny? Ich weiß nicht. Fuck! Just stop, würde ich? Well, ihr vote counts für dich und Katja. Wir brauchen nicht alle diese Vöte. Was? Was? Was muss ich für dich für mich zu vertrauen? Ich werde alles tun! Ich werde die Watches für Monate. Ha! The hell you will. Stopp panikin'. Seriously, Ben. Du musst du aufhören und einfach aufhören. Wir brauchen noch mehr Evidence als das? Fuck Evidence! Stopp treating ihn wie das! Shut up, Karlie! Ich habe genug von dir gehört. Kenny, was wird es sein? Just gimme eine damn Minute. Ben? Du hast, bis dieser Walker ist mitgebracht, zu sagen, es war sie, und nicht du. Stopp das! Du hast ihn verraten! Nein! Ben! Stopp! Lilly, bleib weg. Ich kann nicht, Lee. Du weißt, ich kann nicht. Danke, Lee. Bitte, hör auf ihn. Bitte, hör auf ihn. Bitte, nicht mich aus der Gruppe. Machen wir auf gar keinen Fall, Ben. Jetzt. Die einzige, die eventuell aus der Gruppe fliegen könnte, ist Lilly. Das ist nicht passiert. Du denkst, du bist eine schwerer B****, oder? Du? Wie, nichts kann dich verraten. Aber du bist nur eine schreckte kleine Mädchen. Geh auf ihn. Geh auf ihn. Geh auf ihn. Und versuch, jemanden zu helfen. Gut gemacht, Kenny. Oh nein! Lilly greift... Oh! Holy shit! Das hätte ich im Leben nicht erwartet! Verdammt noch mal, Carly! Verdammt noch mal! Holy fuck! Kenny! Was ist passiert? Geh weg von den Schrauben! Jesus Christ! Geh in! Wir sind diese verrückte B****! Auf jeden Fall! Sie können sich vertraut, Lee. Ich versuche. Bitte. Du bist nicht mit uns gekommen. Das war's für dich. Ich werde hier sterben. Die arme... Die arme Carly, sie hat sie einfach erschossen. Der Mörder? Sie hat sie zuerst töten, und ich habe ihn verabschiedet. Sie hat sie zuerst töten, und ich verabschiede dir. Sie haben sie zuerst töten, und ich verabschiede dir. Sie haben alle geplant, wir haben mich das ganze Zeit gemacht. Ich versuche, alle uns zu retten. Ich versuche, alle uns zu retten. Sie hat einfach Carly erschossen. Aus nichts heraus. Hey, Lee. Let's go, you guys. Und die Gruppe schmilzt wohl wieder. Zwei Leute weniger. Die arme Carly. Grundlos getötet von Lilly. Ja, und Lilly natürlich jetzt alleine. Wird nicht lange überleben. Aber wie gesagt, nach der Nummer... Nach der Nummer. Nach der Nummer. Wir reden erst mit Clementine. Wichtiger. Katja braucht dich für etwas. Wahnsinn. Was für eine Folge, liebe Freundinnen und Freunde. Bitte sag jetzt nicht, dass er gewissen wurde. Nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was ist der Plan? Wir haben noch nie eine Beutungsverteidung in der Gruppe gehabt. Ich werde einen Blick auf ihn und sehen, was ich kann. Von einer medizinischen Perspektive. Wir halten den gleichen Plan, wenn etwas verändert wird. Westen. Leute. Was ist noch da zu tun? Wir dachten, dass wir es wissen sollten. Es ist wichtig, dass wir uns ehrlich sind. Erst Carly, dann... Dann Limit... Nee, nicht Limit. Lilly. Und jetzt Duck gebissen. Wir haben es noch befürchtet gehabt. Verdammt noch mal. Aber gut, wir wussten, dass es hart wird. Wir wussten, dass es... mit eines der härtesten Spiele wird, mit eines der emotionalsten Spiele, mit eines der dramatischsten Spiele, das wir je spielen wissen. Huh? Ach komm, jetzt nicht du auch noch Klemme rein. Wahnsinn, wir verlieren einfach drei Charaktere in einer Folge. Carly, Lilly und jetzt auch noch Duck. Und jetzt auch noch diese wunderschön dramatische Musik dazu. Also... Sie war eine sehr kleine Frau. Es war verrückt. Eine Zeit, mein Bruder dachte ich, es wäre lustig, zu füllen eine Tübe vollen Blumen auf April Fool's Day. Und das gleiche Tag, sie dachte, es wäre lustig, zu winken mich nach Schule, mit mir in meine Gesichter. Was ist passiert? Das ist lustig. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das erinnert habe. Das ist lustig. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das erinnert habe. Ah. Nein! Nein! Was ist passiert? Oh nein! Das einzige, was in diesem Spiel nicht produzieren durfte. Oh Gott, er hat nur geträumt. Er hat nur geträumt. Oh mein Gott. Ich habe jetzt wirklich gedacht... Ich... Alter, ich glaube ich hätte das Spiel einfach... Wir hätten das Let's Play beendet. Weil das ist wirklich das aller, aller einzige, was nicht passieren darf. Das mit Duck ist schon... ...absolut schrecklich genug. Aber das mit Clementine... Das wäre einfach noch schrecklicher gewesen jetzt. Oh man, oh man, oh man, oh man. Was für eine Folge. Ich bin... Verzeiht mir, wenn ich gerade nicht mehr so viel rede, auch nicht so euphorisch bin wie sonst, aber... Also ich weiß, es ist nur ein Spiel und so, da müssen wir uns drüber klar sein, aber es nimmt einen trotzdem mal, du mich zumindest sehr, sehr mit gerade. Alles... Ja, bin ich ganz offen und ehrlich zu euch. Ich denke dafür stehen wir ja hier auch auf diesem Kanal. Ich bin wirklich... ...sehr emotional mitgenommen von dieser Geschichte gerade. Das... ...seht wie eine seltsame Umgebung. All diese Brücke... ... wird nichts von uns überraschen lassen. Clementine. Lass sich bloß nie verwandeln. Und der arme Duck. Klar. Der arme Duck. Wie muss es auch für... ... für Kenny und Katja sein? Sie wissen, sie müssen ihren eigenen Sohn früher oder später... Ja, töten, um ihm das Stimmste zu ersparen, also... Wahnsinnig. Wahnsinn. Reden mal mit Ven. ... ... Ja. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods. Just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. What would you have done with Lily? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. You've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. Ich weiß nicht, ob wir ihn das fragen wollen, ob wir die Antwort ertragen können. Aber wir fragen es ihn. Was ist das? Nicht das wieder. Was ist das? Nein! Okay, dann. Okay, wir glauben ihm, wir glauben ihm. Naja, wir schauen uns mal hier den Eisenbahnwaggon an, wa? Die Tür zur Boxcar. Da hat auch jemand offensichtlich sein Lager mal aufgeschlagen gehabt. Ich weiß noch, in der Serie The Walking... Alter, Ben. In der Serie The Walking Dead gab's auch irgendwas mit Zügen und so. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber irgendwas gab's doch auch mit Bahnhof und Zug und so weiter. Aber ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. So, wir heben diese Karte mal auf. Die kann uns ja vielleicht nochmal nützlich sein. A map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. Okay, das haben wir schon mal. Da, nehmen wir das Wasser für Duck. Sehr gute Entscheidung. Okay, dann schauen wir mal hier. Gehen wir mal weiter zu der Lokomotive. Schauen uns den Maschinenraum an. Öffnen den auch. Sind natürlich aber auf der Hut. Ich hab die Tasten auf den Quick-Event-Tasten. Der Quick-Time-Event-Tasten, meine ich. Schauen wir mal, ob wir den Zug noch ins Laufen kriegen. Na grad erstmal nicht. Aber ich denke mal, auf früher oder später. Hatte ich gar nicht hin. Wie gesagt, verzeiht mir. Wirklich, ich bin grad sehr, sehr, ja. Überrascht. Traurig. Und alles mögliche. Von dieser Folge hier. Wie gesagt, für mich völlig überraschend, dass wir Kali auf so eine Art und Weise über, äh, verlieren werden. Können wir jetzt hier alles mitnehmen eigentlich? Oh ne, wir können immer, wir können wieder nur eins jeweils mitnehmen, okay. Naja, nehmen wir mal den Universalschlüssel mit. Das wär schon mal gar nicht so dumm. Ich denke mal, wir werden hier irgendwas reparieren müssen. Dann wird der Zug, denke ich, ans Laufen kommen. Und das wär natürlich gut für uns. Ähm, okay, da ist nix. Weil so ein Zug, den wird ja erstmal niemand aufhalten. Also weder eine Zombieherde noch, äh, noch irgendeine, äh, Banditenbande. Da sind wir ja erstmal auf der... Okay, auch da ist es offensichtlich falsch. Okay. Nun machen wir die, die, die Tür hier vorne. Oh oh. Oh oh. We got one. Walker. Sitting in the chair. We got him. 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 Lockführer ehemaligs. Jetzt, Zombie-Lockführer. Ei, ei, ei. Manche, man gewöhnt sich schnell in der Zombie-Apokalypse an, äh, an solche Bilder. Oha. Der Zug. 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 Die Technik abschauen. Ihre Kräle ausleihen. Aber das alles werden wir in der nächsten Folge machen, meine lieben Freundinnen und Freunde. Was war das für eine Folge? Kali eiskalt von Lilly erschossen. Daraufhin haben wir zur Strafe Lilly zurückgelassen. Duck. Ja. Von... Von einem Walker leider gebissen. Wie gesagt, wir wissen, was für ein Schicksal in der Altor früher oder später werden wir auch Duck verlieren. Und wie gesagt, wir hatten eine sehr sehr schaukelige Episode mit Clementine, in der ich schon wirklich befürchtet hab, dass sie auch jetzt wirklich gebissen worden ist. Das war zum Glück nur ein böser Traum. Wir hoffen, dass es dabei bleibt. Ja, dann sehen wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Tschüss, meine lieben Freundinnen und Freunde.